ich habe es gefunden was ist das ich dachte die polizei hätte das gebiet abgesucht das haben sie wohl übersehen okay kann ich jetzt noch weitergehen offenbar nicht kann ich mir jetzt die hinweis eigentlich irgendwo ansehen moment mal die auf start kann ich doch irgendwelche dinge tun status und gesammeltes werfs handy ja wer hatte ihr handy immer dabei sie muss in der nacht ihres verschwindens hier vorbeigekommen sein wir können uns jetzt noch die ganzen anderen fotos ansehen aber so viel interessantes wird es nicht sein hier die ganzen dinge die wir gefunden haben ich hoffe die ganzen dinge können wir dann noch ansehen wenn wir ans ende kommen ich weiß es nicht wo wir haben schon ganz viele totems gefunden und wir sind bei der führung schon fast voll okay das hier werden wir uns dann glaube ich auch mal noch ansehen aber nicht jetzt nicht jetzt jetzt haben wir keine zeit dafür irgendwann wenn wir ein fahrt beginnen glaube ich werden wir das tun aber erstmal verfolgen ja emily da leuchtet wieder was noch ein totem noch ein totem und drehen weiß jemand mit einer waffe wird herein gelassen okay und sie die aufgemacht hat war er schlägt glaube ich oder ich habe extrem probleme aber so vielen charakter an wer jetzt wer ist aber der mond sieht schön aus aber ich habe echt extrem probleme wer jetzt wer ist naja emily kommt da weg oh gott ein abgrund uncool besser nicht ja können wir hier runter klettern nö offensichtlich nichts sackgasse verdammt komm emily gehen wir weiter was 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 herrschen scheiße 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 was tun wir so viele es sind zu viele für uns wir haben eine axt aber sind zu viele was was szenenwechsel okay wer ist das jetzt sam glaube ich oder weiß ich nicht nie egal werden bestimmt gleich erfahren da steht einer verdammt habe ich jetzt jetzt gesehen wort da vork dann habe ich erst jetzt gesehen er ist einfach plötzlich da und nun ist er weg und sam hat ihn nicht bemerkt was treibt ihr da draußen oh kacke wollt ihr spannen ja okay ein uhr elf sam in der washington lounge was können wir hier tun wir können schon mal zur tür raus sie könnte sich auch anziehen oder ausziehen oder irgendetwas nimm das handy will sie nicht nehmen okay dann halt nicht hier gibt es doch bestimmt noch irgendwas zu finden wobei nee was soll ich hier finden in einem in einem bad sie will sich auch nicht umdrehen seht euch mal ihren gesichtsausdruck an sie ist doch ein wenig verängstigt ja ist ihnen nicht zu verübeln okay gehen wir mal raus ob das eine gute idee ist ich weiss es nicht ist da jemand was zum hänkern Ballons mit Pfeilen drauf ich nehme den anderen weg als wir die Ballons zeigen hier drin dürfte ich eigentlich nichts mehr finden außer jemand hat da was neues hingepackt ich kann auch da vorne durch die tür durch kann ich hier noch runter nö ich muss den Pfeilen folgen und das will mir nicht gefallen ganz und gar nicht ja geh durch oh die Uhr wow wow und ich sehe sie noch und ich sag's noch oh verdammt nochmal blöde Uhr kann ich die kaputt machen kann ich hier nicht ins reintreten ne sie hat sie noch nicht mal Schuhe da zeigt der Pfeil nach rechts da ist was das geht jetzt langsam echt zu weit okay war alles echt witzig haha seht euch Sam an wie sie im Handtuch rumläuft aber können wir die Sache jetzt bitte beenden okay reicht es euch das Ding haben wir schon mal gesehen Pfeile führen da rüber okay hier dürfte es wie gesagt nichts mehr geben eigentlich kann ich meine Klamotten jetzt zurück haben oder soll ich das ganze Wochenende im Handtuch rumlaufen ja wäre nett im Handtuch also okay ich folge dem Balance eine andere Möglichkeit habe ich offensichtlich nicht ich sehe da keinen Pfeil da drauf doch da da ist wieder einer der nach rechts führt da leuchtet was aber das haben wir auch schon gesehen das glaube ich nur ein Foto ja das haben wir auch schon gesehen hier entlang offensichtlich okay wenn ihr mir Angst einjagen wollt rachtet mal ihr habt gewonnen ja haha noch weiter runter okay wo werde ich hingeführt wo in den Kinosaal wo seid ihr bloß wow das ist schräg oh oh fuck wir sind nicht alleine hey Leute kommt schon ich will nicht mehr jetzt hört gefällig damit auf und redet mit mir ah hallo Samantha suchst du nach mir ich glaube deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein Samantha du wirst nur das sehen was ich dir zeigen will und ich habe dir meine Menge zu zeigen ich bin hier los öffne die Augen oh mein Gott eine wahre Augenweide nicht wahr eine hübsche Badenis glaubst du sie weiß was ihr bevorsteht glaubst du das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreaturen warum weckst du mir das hier warum siehst du hin Josh wie fühlst du dich dabei oh mein Gott was hast du getan ich gebe dir noch 10 Sekunden 9 8 7 bitte Sam Sam verdammt Sam äh 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 Vase werfen vielleicht bringt's ja was vielleicht bringt's ja was Schluss naja viel gebracht hast nichts scheiße 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 Lauf Sam irgendwo hin irgendwo hin ich weiß nicht wohin scheiße 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 äh verstecken verstecken schnell vielleicht bringt's ja was mach die Taschenlappe aus mach sie aus bleiben wenn ich jetzt gehe dann sieht er mich scheiße scheiße schon gefunden fuck lass mich los treten 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 los Sam schnell schnell Sam schneller oh Vorsicht ok gut nicht stolpern uncool oh Sam mach bitte schnell da ein Baseballschläger ne weglaufen das verstecken bringt nichts schnell weg Scheiße Sam Scheiße Sam soll das ein Witz sein? kein Türgriff aufdrücken schnell oh verdammt da ist er doch schon nein komm schon jaja sie geht auf schnell zumachen zumachen schnell zumachen oh Gott oh Gott scheiße gibt's hier was womit ich mich verteidigen kann irgendwas sieht nicht danach aus ok weiter scheiße ist auch zu oder ok ist offen vorsichtig sein wo zum Teufel sind wir? oh fuck diese Szene wird mir nicht gefallen irgendwas passiert gleich ich bin bereit um alles zu drücken hoffe ich weglaufen aber nicht ihm in die Arme bitte wow fuck fuck Sam Sam scheiße wir hätten uns verstecken müssen verdammt das war aufregend nicht wahr? sehr gut dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut ne tut's nicht ne tut's nicht ja all der Fortschritt beim erforschen des Ursprungs deiner Angst und du setzt ihn einfach zum schlechten ein ah deine überwältigende Angst vor Isolation du hast sie gegen die Menschen gerichtet die du so verzweifelt quälen willst Moment mal was ist das denn wert? Moment mal ich glaub ich hab ne Idee was? genau das genau das